Israel wird mit Härte auf jede Attacke reagieren, erklärte am späten Mittwochabend der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu. Dies war Netanyahus erste öffentliche Erklärung seit der Ermordung von Ismail Haniyeh, dem politischen Führer der Hamas, in Teheran. Netanyahu erwähnte jedoch nicht seine Ermordung. Hamas und der Iran haben Israel sofort für die Ermordung von Haniyeh verantwortlich gemacht, was das Risiko eines umfassenden regionalen Konflikts erhöht hat. Wenige Stunden vor der Ermordung des palästinensischen Führers hatte Israel erklärt, einen hochrangigen Kommandeur der libanesischen Miliz Hezbollah in einem Luftangriff auf die libanesische Hauptstadt Beirut getötet zu haben. Bürger Israels, herausfordernde Tage erwarten uns. Seit dem Angriff in Beirut kommen die Bedrohungen aus allen Richtungen. Wir sind auf jedes Szenario vorbereitet und werden vereint und entschlossen gegen jede Bedrohung bestehen. Israel wird kraftvoll auf jede Aggression gegen uns reagieren, sagte Netanyahu in einer Fernsehansprache. Am Dienstag hatte das israelische Militär erklärt, Fuad Schuka getötet zu haben, den es als höchsten Kommandeur der Hezbollah bezeichnete und ihm vorwarf, für einen Wochenendangriff verantwortlich zu sein, bei dem Dutzende von Jugendlichen auf den von Israel besetzten Golanhöhen getötet wurden. Hezbollah, die vom Iran unterstützt wird, bestätigte am Mittwoch den Tod von Schuka, wenige Stunden nachdem Hamas bekannt gab, dass ihr politischer Führer Haniyeh in Teheran ermordet worden sei. Die Regierung Netanyahus hat sich nicht zur Verantwortung für die Ermordung des Hamas-Führers geäußert und erklärt, sie kommentiere dies nicht.